Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute gibt es Hardware. Ich stelle euch die Oculus Quest Black Edition von Modicap vor und wer mein Umbau-Video noch nicht gesehen hat, da erkläre ich euch genau, wie man von originalen Quest zur Black Edition kommt. Und da wird erklärt, wie das Headstrap demontiert wird, also das originale Headstrap und die Black Edition montiert wird. Es ist nicht schwer, man muss ein paar Sachen beachten und ja, zieht euch das Video einfach mal rein. Ich werde es in die Infobox packen und auch in die Beschreibung, also klickt mal rein und ja, Daumen hoch nicht vergessen. Ja, nach diesem Umbau-Video wurde ich gefragt, ob ich mal ein kleines Review-Video machen könnte und mache ich natürlich sehr gerne für euch. Zeit ist natürlich immer so ein schwieriger Faktor momentan bei mir, aber ich habe mir jetzt die Zeit genommen und das Ding mal ein bisschen getestet. Testdauer war jetzt bei mir 4 Stunden, ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt noch keine 100 Stunden da drin verbracht, aber 4 Stunden sollten erstmal reichen für so ein kleines Review für euch, einen kleinen Ersteindruck, sage ich mal. Und ich habe das Ding auch 2 Stunden am Stück getragen, um auch ein bisschen Langzeitdauer zu haben und ja, daraus möchte ich euch gerne meine Eindrücke schildern und ja, meine kleinen Pros und Kontras und euch das Teil mal auch so ein bisschen näher zeigen, auch die ganzen Verstellmöglichkeiten, die man hat und ja, euch das halt ein bisschen näher bringen, sage ich mal. Später gehen wir dann auch nochmal auf den Modicap Shop zu und den KB-Tech Shop. Da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, weil sich da ein bisschen was verändert hat. Aber kommen wir erstmal zu diesem guten Stück hier. Ja, wie bei den ganzen Soundkits, die ich ja schon vorgestellt habe vom Modicap, sind auch hier wieder die Sennheiser an Bord, die HD25 und die Teile, die hauen so einen guten Sound raus, also ist echt Wahnsinn und ich möchte das echt nicht mehr, gar nicht mehr vermissen. Außer die Valve Index Kopfhörer, die gefallen mir noch genauso gut, also die sind natürlich auch super, aber die Teile für die ganzen Oculus Sachen sind die einfach perfekt und klar, sind nicht günstig, aber ich finde, der Preis lohnt sich definitiv hier für guten Sound, braucht man immer ein bisschen, ja, muss man immer ein paar Euros mehr ausgeben, sage ich mal und ich würde sagen, das macht sich auch bezahlt. Ja, jetzt zeige ich euch mal das ganze Headset so rundherum nochmal. Also das Wichtigste auch nochmal zu erwähnen, man hat hier nicht mehr diese Verstellung, die man hier hoch und runter, also diese Neigung, die man hatte beim originalen Headstrap, das hat man jetzt nicht mehr, braucht man aber auch eigentlich gar nicht mehr, also ich finde, das passt auch so echt super. Man muss nur noch darauf achten, dass man nicht versucht, das Headset in irgendeinen Weg zu verbiegen, dann könnte man hier echt was kaputt machen und macht das besser nicht. So, ja, dann haben wir hier diese Verstellung vom Kopfhörer, die kann man je nach Kopfform auch nochmal anpassen. Das ist echt super, geht auch super leicht. Hier haben wir ein schönes, angenehmes Polster hier oben und das zeige ich euch gleich auch nochmal von nahem. Und ja, diesen Weg kann man jetzt hier nicht einstellen, also man kann hier nicht jetzt hoch oder runter machen, das geht natürlich nicht. Wird aber auch dadurch hier gewährleistet, dass man vom Weg her hoch oder runter kommt, je nachdem, ob es hier strammer oder lockerer gestellt wird, zeige ich euch gleich aber auch nochmal in der Nahaufnahme. Hier haben wir eine schöne, super flexible Verstellung. Hier drückt man einfach auf diesen Verschluss hier, auf diesen Drehverschluss und ja, dann kann man das Ganze super bequem festmachen oder wieder lockern. Und ja, es ist so eine kleine Sperre drin, wenn man nicht reindrückt, so eine Kindersicherung, kann man das auch nicht bewegen, ist auch echt gut. Und man kriegt das Headset echt super bequem aufgesetzt, sogar mit großer Brille. Zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Aufziehen und festdrehen. Nochmal kurz so ein bisschen die Kopfhörer anpassen. Ich finde es jetzt schon perfekt und ja, schon kann man loslegen. Genau andersrum kann man super wieder locker ausziehen. Und ich fand es mit dem originalen Headstripe nicht so einfach. Habe ich ein bisschen mehr gefummelt und ja, auf jeden Fall ein großer Pluspunkt meiner Meinung nach. Gefällt mir, dass auch Brillenträger da jetzt kein Problem mit haben. Ja, gehen wir mal kurz auf das Polster ein und auf die obere Verstellung. Also Polster ist echt angenehm, hat einfach einen Klettverschluss hier und ja, ist meiner Meinung nach auch dick genug. Polstert schön, sogar auf Glatzen, ja, wie ihr seht. Das ist sehr angenehm zu tragen. Und hier habt ihr die Verstellung für oben. Also man hat hier diesen Knopf. Ja, den kennt man glaube ich von so Basecaps, ne? Da hat man ja auch so einen Verschluss. Und ja, da kann man dann die Kopfform anpassen. Ich brauchte jetzt ungefähr, ich glaube der dritte Versuch passte perfekt. Und ja, schon konnte man loslegen. Also da muss man ein bisschen mit rumspielen. Bisschen negativ ist natürlich, wenn man jetzt mit Leuten, irgendwie mit mehreren Leuten spielt und da sich abwechselt bei irgendwelchen Sportspielen oder sonst was. Wenn man dann Leute dabei hat, die komplett von der Norm abweichen und die dann immer hier ran müssen. Könnte ein bisschen blöd sein, aber gut. Ich denke, dass man hier nicht so oft ran muss. Also für die meisten Köpfe sollte das reichen, denke ich mal. Dafür ist diese Verstellung flexibel genug und ja, sollte eigentlich passen. So, kommen wir zum anderen, ja, nicht ganz so tollen, ich hoffe ich kann euch zeigen, genau. Hier haben wir die Halterung, die hinten hier am Hinterkopf liegt. Und die ist aus Kunststoff gemacht. Hier wäre natürlich ein Polster echt nett. Man kann sich natürlich da selber ein Polster dran machen. Bei mir hat es ungefähr nach, ja, anderthalb Stunden angefangen, so leicht zu drücken, dass es, ja, ein bisschen unangenehm wurde. Ich konnte noch spielen, aber hätte angenehmer sein können. Hatte ich damals aber auch bei der ersten Rift, also bei der CV1, das irgendwann dann hier hinten echt nervte und drückte. Also, ja, gibt wahrscheinlich Leute, die da ein bisschen empfindlicher sind. Manche Leute sind wahrscheinlich nicht empfindlich. Und ja, das dazu. Aber hier kann man sich mit Sicherheit irgendwas machen. Vielleicht bietet Modicap da auch nochmal irgendwas für an oder wird nochmal was verbessert. Auf jeden Fall liegt es gut an. Es hält gut. Man kann es gut festziehen. Und das ist auch das Wichtige. Und es ist nicht direkt störend. Nur nach langer Tagedauer wäre es echt nett, wenn ungefähr hier so ein Polster wäre. Das ist echt super, super bequem. Und klar, wenn man jetzt hinten schwitzt oder so, ist es natürlich nicht mehr so angenehm. Aber ja, wenn man es abnehmen kann, kann man es auch waschen. Und ja, das erstmal dazu. Dann zum nächsten positiven Aspekt, den ich super finde. Die Quest ist mit originalen Headstrap super, super frontlastig. Also, die zieht fast hinten runter. Und ja, das Problem hatte ich jetzt echt gar nicht mehr. Und es ist super ausbalanciert, dass es mehr hinten und oben hält. Und das ist echt perfekt für ein VR-Headset, meiner Meinung nach. Also, so muss jedes Headstrap sein, dass das Hauptgewicht gut abgefangen wird. Und nicht irgendwie hier runterdrückt. Und ja, das fand ich beim Originalen echt mega nervig. Und ja, gut. Das ist natürlich nicht so doll. So, jetzt kann man natürlich sagen, wenn man die Quest oft zum Fernsehgucken nutzt. Netflix, Big Screen, sonst was. Ich habe mich mit dem originalen Kopfband sehr gerne einfach hinten an irgendeinem Kissen angelehnt. Und ja, das ist jetzt ein bisschen störend durch diesen Mechanismus. Ja, das originale Headstrap ist ja natürlich einfach nur offen. Und da ist keine Verstellung, nichts. Das stört nichts. Und ja, wer die Quest oft dafür nutzt, muss natürlich dann in den sauren Apfel beißen. Und ja, muss dann, ja, ein Tod muss man sterben. Zum Zocken optimal. Also, viel, viel besser als das originale Headstrap. Aber ja, man kann nicht alles haben. Von daher nur mal, das ist das, was mir halt aufgefallen ist. Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es an meinem Kopf liegt. Ich hatte es natürlich auch leicht mit dem originalen Headstrap. Aber wenn ich das jetzt aufziehe und mich, wie zum Beispiel beim Boxen. Beim Boxen ist es natürlich extrem, bei anderen Spielen nicht so. Aber wenn ich schnell meinen Kopf hin und her bewege, ja, oder so mache, dann hatte ich das Gefühl, dass es so ein bisschen hin und her wandert, ja, so ein bisschen schlackert. Ich habe da mit dem Repo auch drüber geschrieben und er hat das Problem nicht. Vielleicht liegt es auch einfach nur an meiner schmalen Kopfform. Kann natürlich auch sein, dass ich da nicht der optimale, ja, die optimale Testperson bin. Aber wie gesagt, ich habe es beim Originalen auch leicht gehabt. Von daher, ja, eigentlich kein Problem. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Nicht, dass jemand von euch nachher das gleiche Problem hat und, ja, dann sagt, warum hat der Sebastian das nicht erwähnt. Ich habe es jetzt erwähnt. So, man kann diese Kopfhörer auch demontieren, wenn man die nicht haben möchte oder was anderes hat oder die Original nutzen können. Das sind auch, ich hoffe, ich kann es zeigen. Hier seht ihr so einen Kanal, der ist offen und daraus kommt auch der originale Sound, wenn man diese nicht nutzt. Und die kann man wirklich hier lösen. Hier sind Schrauben und dann kann man dieses Teil hier lösen und, ja, dann auch ohne Kopfhörer nutzen. Aber man sollte definitiv nicht auf diese Teile verzichten. Definitiv nicht. Ja, das erstmal zum kleinen Review. Also, ich finde es echt super, echt top. Und es kostet momentan im Angebot, lasst mich nicht lügen, 205 Euro, glaube ich. 209 Euro und wenn man überlegt, dass da die teuren Sennheiser dabei sind, ist es nicht zu viel, meiner Meinung nach, für dieses Kopfband, weil da echt auch viel Arbeit drin steckt und, ja, natürlich auch Material, was verbaut wurde. Von daher, meiner Meinung nach, vollkommen okay und auch gerechtfertigt, der Preis. Der Umbau ist super einfach. Also, wenn ich den hinkriege, bekommt ihr das auch hin. Und wenn ihr Probleme habt, schaut in mein Video rein. Ja, also, wer überhaupt nicht mit dem originalen Headstrap klarkommt, den Sound hast von der Quest und das Quest-Soundkit noch nicht hat, der sollte sich definitiv dieses Teil mal anschauen. Ich kann es daher nur empfehlen, wenn man mit dem originalen Headstrap nicht zufrieden ist und wenn man sagt, boah, das ist so frontlastig das Ganze und stört echt und drückt mir auf der Nase oder sonst was. Also, das ist perfekt umgesetzt und ausbalanciert, meiner Meinung nach. Also, besser geht es kaum für die Quest. Und ich bin zufrieden damit. Aber immer im Hinterkopf behalten. Ich habe vier Stunden Testdauer jetzt. Es ist wirklich nur ein kleines Review, aber ich wollte es jetzt für euch raushauen. Damit ihr euch da auch so einen kleinen Eindruck verschaffen könnt darüber. Und ja, das erst mal dazu. Und ihr seht hier die ganze Zeit im Hintergrund noch das Modicap für die Oculus Go. Und das könnt ihr auch noch beziehen. Da kommen wir aber gleich noch mal zu im Shop. Und das hat eine ähnliche Verstellung. Ist hier eigentlich mehr für den Arcade-Gebrauch für Freizeitparks gedacht. Die gibt es auch noch mal mit Kinngurt für Achterbahnen, wenn es ins Looping geht und so weiter und so fort. Und das ist auch so perfekt umgesetzt, dass man wirklich super schnell das Ganze aufziehen kann, festziehen kann. Und das sitzt so fest. Und ja, eigentlich perfekt. Also wer eine Oculus Go hat und für ihn das noch interessant ist, schaut euch das definitiv auch mal an. Auch mega bequem und ich hatte auch mit kein Problem. Sitzt echt perfekt fest. Also man kann es so schön festziehen, dass es überhaupt nirgendwo schlackert oder sonst was. Also auch top. Ja, das erst mal dazu. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die KB-Tech-Seite an, oder? So, da sind wir schon auf der Seite von KB-Tech. Und ich wollte euch die Homepage noch mal ein bisschen vorstellen. Und ja, holen Sie das Beste aus Ihrer VR-Brille raus. Also der Bernd von KB-Tech will immer das Optimale rausholen und die ganzen Headstraps verbessern und so weiter und so fort. Und ja, das macht er auch sehr erfolgreich, meiner Meinung nach. Und ja, für VR-Achterbahn, wie ich schon gesagt habe, im Museum, auf Wasserrutschen und so weiter und so fort. Und ja, Gaming-Bereich für uns Nerds. Und ja, ihr seht da noch mal ein paar Bilder von diesen ganzen Umbauten. Gehen wir mal weiter. Und ja, aktuelles ist dieses Icarus-Fitnessgerät. Und da liegt man wirklich drauf und kann in VR fliegen. Tauchen und man muss da wirklich, ja, man liegt da wirklich drin. Und das muss ein richtig geiles Gefühl sein. Also ich muss das auch noch testen, denn ja, man kann man schon mal wirklich in VR fliegen. Zu Hause ist das echt fast unmöglich. Von daher perfekt. Ja, Testbericht zu unseren Soundkits. Also ich habe ja auch schon einige Testvideos gemacht. Und ja, könnt ihr natürlich auch mal reinschauen. Und ja, Sun-Protect-Linsen habe ich ja auch mal schon vorgestellt für die Samsung Gear. Ja, gehen wir mal weiter. Und das ist der neue Shop, den ich euch eigentlich vorstellen wollte. Denn früher war alles unter eBay. Und ja, jetzt gibt es auch einen Shop auf der Homepage. Und ja, schauen wir uns mal direkt Icarus an. Das Teil ist natürlich nicht ganz so günstig, ja. Gibt es in zwei Versionen. Einmal in schwarz und einmal in weiß. Und kostet 1.999 Euro. Und ja, gratis Lieferung. Und ja, wer daran Interesse hat, ja. Modicap-Shop, schaut euch das mal an. Und dann gibt es, ja, hier VR-Brillen zu kaufen. Modicaps, ja. Wie ich eben schon gesagt habe. Modicap Oculus Go, ja. Könnt ihr hier beziehen. Und wer, sag ich mal, Brillen selber umbauen lassen will. Ihr habt schon die Brille und möchtet die umbauen lassen. Dann, ja, könnt ihr den Bernd von KB-Tech anschreiben unter Kontakt. Und ja, fragt einfach, ob eure Brille umgebaut werden kann. Und ja, dann werdet ihr mit Sicherheit auch eine Antwort erhalten. Und ja, hier ist auch die neue Black Edition. Wie ihr hier seht, momentaner Sonderpreis von 209 Euro. Und wie eben schon erwähnt, wenn man den Preis von den HD25 da mit einbezieht, ist es meiner Meinung nach nicht so viel. Und ja, ist natürlich immer eine Frage, ob ihr das Geld natürlich investieren wollt dafür oder nicht. Und wie zufrieden ihr mit dem originalen Teil seid. So, dann gibt es nochmal den Mr. Modicap-Showroom. Und ja, da könnt ihr VR-Brillen testen. Da könnt ihr den Icarus testen. Und ja, momentan natürlich nicht. Ja, jeder kennt die Corona-Situation. Und momentan ist das leider auch geschlossen. Ja, auf unbestimmte Zeit leider. Ich hoffe, bald wird es wieder Lockerungen geben. Und wir können wieder zum normalen Ursprung zurück. Ja, da könnt ihr natürlich auch den Bernd besuchen. Und ja, der Sebastian von MRTV, mein Namensvetter, war schon da und hat auch, ja, den Mr. Modicap-Showroom besucht. Schaut euch das Video auch mal rein an. Und dann könnt ihr auch mal den Icarus in Action sehen. Und ja, hier sehen wir nochmal die Time-Tickets, die ihr hier buchen könnt. Ja, und hier könnt ihr auch Wunschtermine angeben. Also für wen das interessant ist und da den Showroom besuchen möchte, schaut definitiv mal rein. Ja, da gibt es die ganzen Sound-Kits für die Quest, für die Rift S, für die Go. Und das könnt ihr alles hier bestellen. Ihr könnt auch nur die Halter bestellen, ohne Kopfhörer. Und ja, hier das Ganze nochmal für die Oculus Rift. Ja. So, und ja, wer noch Kontakt sucht, noch Fragen hat, an den Bernd von KB-Tech. Ja, ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Wenn ihr Anfragen habt für, ja, ihr möchtet jetzt 100 Black Editions haben, dann stellt die Anfrage oder ihr braucht irgendwelche Umbauten für eure Brillen, stellt auch die Anfrage und ja, ihr werdet mit Sicherheit relativ schnell eine Anfrage oder Antwort erhalten. Ja, ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr konntet was mit dem Video anfangen. Ihr konntet euch einen kleinen Eindruck vermitteln von, ja, der Oculus Quest Black Edition. Und wenn ihr noch Fragen habt, bitte in die Kommentare. Ich versuche immer, alles schnellstmöglich zu beantworten. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurer Quest. Vielleicht mit der Black Edition sogar. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Abo-Button nicht vergessen. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.